In der Haus von Jerome Powell und der US-Notenbank FED möchte ich persönlich jetzt nicht stecken, denn die FED hat ein unlösbares Dilemma. Sie hat auf der einen Seite eine eskalierende Bankenkrise und sie hat auf der anderen Seite eine Inflation, die sie in den Griff bekommen muss. Und wenn sie sich jetzt um die Bankenkrise kümmert, um sozusagen hier eine Schieflage des gesamten Finanzsystems zu verhindern, dann riskiert sie auf der anderen Seite, dass die Inflation weiter ausufert. Und dieses Dilemma ist nicht zu lösen. Und dieses Dilemma hat die FED und haben die Bankenaufseher, haben die Regulatoren selbst verursacht, denn sie zwangen die Banken praktisch in Anleihen hinein nach der Finanzkrise. Das lief eine Zeit lang sehr, sehr gut, bis es nicht mehr gut lief. Warum? Weil aufgrund der Inflation die US-Notenbank FED und andere Notenbanken die Zinsen anhoben. Dadurch sanken die Kurse der Anleihen, dadurch entstehen Buchverluste. Und gleichzeitig durch den Anstieg der Zinsen gibt es plötzlich Alternativen, zum Beispiel kurzlaufende Staatsanleihen, die dann über 5% jetzt abgeworfen haben. Also haben Kunden Gelder abgezogen und eben in diese höher rentierten US-Staatsanleihen reingesteckt, die ja ausfallsicher sind, mehr oder weniger, hoffen die zumindest. Jedenfalls hat man Mittelabflüsse und diese Mittelabflüsse, die zwangen wiederum die Banken dazu, diese Anleihen im Verlust zu verkaufen, die sie im Portfolio haben. Und so entsteht eine Todesspirale, die letztendlich von den Aufsehern und der FED mit verursacht wurde, auch weil man eben viel zu lange Geld gedruckt hat. Wir erinnern uns, 2021 ist die Inflation schon massiv nach oben geschossen. Die FED hat immer noch QI betrieben und erst im November 2021 das erste Bekenntnis von Paul und de Brainard, okay, Inflation ist doch ein Problem. Dann im März 2022 die erste Zinsanhebung viel zu spät, also musste man dann ganz schnell handeln, hat die Zinsen in großen Schritten angehoben. Dadurch kollabierten die Anleihekurse, die Renditen schossen in die Höhe und brachten die Banken in diese Schwierigkeiten. Und dann kommt eben noch die Folge der Nullzinspolitik, die Blasen entstehen lässt. Und die Silicon Valley Bank, die 16 größte Bank der USA, die heute pleite gegangen ist, ist nicht ganz zufällig jetzt in diese Situation geraten, denn sie war letztendlich Teil eines Ponzi-Schemas. Startups in Kalifornien, die werden finanziert von der Silicon Valley Bank. Die Startups wollen dann IPO machen, also an die Börse gehen, wollen dann den Kredit zurückzahlen oder wollten den Kredit zurückzahlen und noch als Sahnehübchen obendrauf, Sahnehübchen, wie heißt das, wo weiß ich nicht, Häubchen, genau, Sahnehübchen obendrauf, wollten dann eben noch praktisch der Silicon Valley Bank dann noch als Bonus ein paar Aktien des eigenen Unternehmens schenken und das Ganze funktionierte nicht mehr, als die Zinsen massiv anstiegen. Es gab praktisch keine IPO mehr, also blieb praktisch die Silicon Valley Bank auf ihren Krediten sitzen. Daraufhin zogen Anleger Geld ab, daraufhin kam die Bank noch mehr in Schwierigkeiten, musste noch mehr Anleihen verkaufen. Das wiederum bringt andere Banken in Schwierigkeiten, vor allem Regionalbanken. Wir wollen uns den ganzen Zusammenhang mal anschauen, meine Damen und Herren. Fangen wir mal zunächst an. Die Silicon Valley Bank ist also platt. Wir sehen, dass der Kurs praktisch komplett sich pulverisiert hatte und dann wurde der Kurs heute vom Handel ausgesetzt. Aber die Anleihen liefen weiter, dazu gleich mehr. Und die Bank versuchte also irgendwie einen Käufer zu finden, aber es fand sich keiner. Also hat vor einer guten Stunde jetzt etwa die FDIC, die Bank praktisch geschlossen, einen Insolvenzverwalter bestellt. Und das heißt, eine Großbank ist faktisch pleite gegangen. Hier sehen wir mal unten, die Anleihekurse liefen weiter. Die Aktie war vom Handel ausgesetzt, aber die Anleihekurse liefen weiter, kollabierte weiter. Und das alles erinnert so ein bisschen an Bear Stearns, damals Immobilienkrise, Finanzkrise. Da hat der JP Morgan für zwei Dollar dann zugeschlagen, praktisch noch mit einer Garantie des US-Staates. Für die möglicherweise entstehenden Verluste war für JP Morgan ein Bombengeschäft. Jedenfalls ist die Kapitalausstattung der Silicon Valley Bank katastrophal gewesen. Man hat dann gesagt, okay, unsere Angestellten, die können jetzt erstmal von zu Hause arbeiten, bis wir Klarheit haben, daraus wird nichts mehr. Denn wie gesagt, die FDIC hat die Bank jetzt faktisch geschlossen. Jetzt sind da 175,4 Milliarden an Deposits, also an Einlagen, wovon 151,5 nicht versichert sind. Und die FDIC sagt, wir schließen jetzt die Bank, um die versicherten Kundeneinlagen zu garantieren. Der Rest geht über den Jordan. Ist Futsch mal eben 150 Milliarden, gut, vielleicht kann der eine oder andere diese Portokasse zahlen, aber eher die wenigsten. Und ist das nur die Spitze des Eisbergs, das ist eben die Frage, die man sich hier stellt. By the way, Jim Cramer, der hat noch am Mittwoch gesagt, Also hier diese Silicon Valley Bank, das ist für ihn ein klarer Kauf. Also der Mann ist zuverlässig, die Aktie ist immer noch günstig. Ich denke, die Sorgen sind nicht gerechtfertigt. Also auf Jim Cramer ist absolut Verlass, meine Damen und Herren. Hier links sehen Sie mal die 10 Kaufempfehlungen von Jim Cramer. Das könnte ein sehr ernster Hinweis sein, was Sie zu shorten haben. Wir haben ganz oben Tesla, wir haben Carnival, wir haben Nvidia oder Nvidia, wir haben Meta-Platforms, wir haben Norwegian Cruise. Also hier ganz exzellente Short-Kandidaten mit dem Gütesiegel, Kontraindikator, Jim Cramer. Also wenn das nicht irgendwie eine Bank ist, dann weiß ich nicht. Aber wir sehen, dass jedenfalls diese Pleite der Silicon Valley Bank eben durchaus auch international Strahlkraft hat. Wir haben hier eben den größten schwedischen Pensionsfonds, der insgesamt 104 Milliarden Dollar verwaltet. Der war investiert in Silicon Valley Bank und hat jetzt massive Verluste. Gut, die Position war zwischenzeitlich mal eine Milliarde wert, also praktisch 1% des gesamten Portfolios noch im Januar oder Februar 2022, Anfang 2022. Und dann ging das sehr deutlich runter. Jetzt ist das praktische wertlos. Aber man sieht, da ist eben dieser Domino-Effekt möglich. Eigentlich schon gestern dieser Kollaps regionaler Banken, die hier besonders betroffen sind. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls hat es da richtig gekracht und heute krachte. Es weiß der Weiter-First-Republic-Bank, musste vom Handel ausgesetzt werden, nachdem die Aktie 50% gefallen war. Und aber auch die Großbanken haben hier ein Thema. Hier sehen wir mal, ich hatte heute Morgen fälschlicherweise gesagt, Bank of America hat das geringste Problem. Nehmen Sie eben das größte Problem, gefolgt von Wells Fargo, von JP Morgan und dann City Group. Und jetzt sagen ja alle, ah, weißt du, der Unterschied zur Finanzkrise ist doch der, dass die Banken jetzt eine viel bessere Kapitalausstattung haben. Okay, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass der Kapitalpuffer, der von den Banken vorgehalten werden muss, derzeit etwa die Hälfte dessen beträgt wie vor der Finanzkrise, also vor dem Jahr 2008, dann kann man an dieser Aussage durchaus zweifeln. Und die Frage ist jetzt, was tun, liebe Fed? Mir sagt ein Kommentator, naja, aber wenn die Turbulenzen bei den Banken zunehmen, werden doch die Noten einspringen, die Notenbanken einspringen, das ist doch bullisch, oder? Jetzt sagt aber ein anderer als Antwort auf diesen Kommentar sicherlich, aber können die Notenbanken jetzt einspringen? Sobald auch nur ein Hauch von gelockerter Geldpolitik, Stichwort Desinflation, erahnt wird, steigt wieder die Nachfrage. Damit wird die Inflation wieder anziehen und die Inflation ist eben jetzt eigentlich das zentrale Problem. Die Notenbank kann jetzt nicht einfach so mit niedrigen Leitzinsen einspringen, so wie viele sich das wünschen. Und in den letzten Jahren der Fall war, das läuft so nicht mehr, das wird nicht mehr gehen, weil du einfach jetzt an dieses Inflationsthema hast. Und die Fed hat sicherlich nicht aus Bosheit vor Preiskorrekturen gewarnt. Und die Antwort auf die Frage ist also, wird die Fed einspringen wohl erstmal nein, da sonst eben der Inflation wieder Tür und Tor geöffnet wird. Also das ist eine tricky Situation. Die Anleihemärkte haben heute massiv reagiert, etwa die Treasury Yields, also die US-Staatsanleihen, weltweit mit dem größten Fall der Renditen seit Lehman Brothers, das ist net schlecht. Hier sehen wir mal diesen Ausschlag, vielleicht wird das sogar noch krasser. Das heißt, die Anleihemärkte sagen jetzt, boah, wir haben ein so großes systemisches Risiko, dass möglicherweise die Notenbanken umsteuern müssen. Aber was ist dann mit der Inflation? Wir sehen jedenfalls hier die Erwartung jetzt schon für die Sitzung der Fed im März. Da waren wir gestern noch bei einer Wahrscheinlichkeit, dass eben die Zinsen um 0,5% steigen, die überragend war, Richtung 80%. Jetzt sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit gefallen ist auf 41%, Tendenz rückläufig. Deswegen fallen auch die Renditen an den Märkten. Wir sehen den größten Sinkflug, also seit 2008. Händler sagen, man suchte Zufluchtsorte und Händler oder man versucht jetzt das Tempo der Zinserhöhungen in den USA neu zu bewerten und setzt drauf, dass jetzt möglicherweise die Zinsen gar nicht mehr so stark steigen. Ist das dann bullish für Aktien? Ich glaube, die Gefahr ist zu groß. Das Schlimmste, was passieren kann, ist fallende Anleiherenditen und fallende Aktienkurse zusammen, weil praktisch totaler Stress ist im System. Sven Hendrik sagt jetzt, die Bankaktien und der Anleihenmarkt sagt, dass die Fed praktisch jetzt fertig hat. Wie Trapattoni sagen würde, der Fed, der Paul, hat er fertig. Und die Frage sei nur noch, wann die Fed das zugeben wird. Möglich ist es. Alf hat die beste Erklärung im Netz, was da eigentlich passiert. Ich will das kurz halten, weil ich Ihnen diesen Tweet, das ist eine Abfolge von Tweets, den werde ich Ihnen praktisch unter das Video verlinken, kann ich Ihnen nur ganz dringend empfehlen. Eine Kurzversion davon, sonst hat das Video zu lange, ist, dass nach der Finanzkrise eben die Regulatoren gesagt haben, Mensch, ihr lieben Banken, ihr müsst jederzeit einen bestimmten Prozentzahl an hochliquiden Assets, die man also jederzeit verkaufen kann, vorhalten in euren Portfolios. Was ist hochliquide? In der Regel vor allem Anleihen, vor allem Staatsanleihen, aber dazu zählen auch zum Beispiel etwa Unternehmensanleihen. Also hat man gesagt, ihr müsst hier, um bestimmte Verluste schnell abfedern zu können, eben in euren Portfolios Assets haben, die ihr wirklich ganz schnell auch verkaufen könnt, um einer solchen Krise zu begegnen. Dann passierte eben Folgendes, man hat jetzt den Banken erlaubt, zwei verschiedene Buchungsaccounts zu unterhalten. Einmal Available for Sale, also jederzeit verkaufbar, und einmal Health to Maturity, also praktisch bis zum Ende der Laufzeit. Beide sorgten dafür, dass die Banken in der Lage waren, praktisch diese Verluste, die jetzt entstanden sind, durch fallende Anleihekurse und steigende Renditen in den Bilanzen, zunächst mal zu kaschieren. Aber irgendwann kannst du das nicht mehr verstecken. Und das Problem ist jetzt, dass vor allem kleinere Banken haben, dass wir eine Liquiditätsaustrocknung haben. Denn es ist so eben, wie gesagt, die Kunden sagen, also ich kriege zu wenig Zinsen bei der Bank, also raus mit meinem Geld woanders anlegen, wo ich mehr Zinsen bekomme. Das heißt, die Banken haben Mittelabflüsse, die müssen sie dann eben durch die hochliquiden Assets, die sie haben, praktisch kompensieren. Sie müssen also Anleihen verkaufen. Das bringt sozusagen ihr eigenes Portfolio wieder unter Druck oder nochmal verstärkte Unterdruck. Und kleine Banken haben schlichtweg weniger Puffer. Sie haben weniger Liquidität, um solche Dinge eben auffangen zu können. Es ist eine echte Todesspirale, die hier passiert, weil eben es schlichtweg jetzt Alternativen gibt. Und das ist jetzt das Szenario, aus dem es eigentlich wenig direkt nachvollziehbare Optionen gibt, wie man dem entkommen kann. Man müsste die Regulatorik ändern, um das Ganze irgendwie zu verändern. Wir kommen jetzt nochmal zu den heutigen US-Arbeitsmarktdaten. Die geraten ja fast in den Hintergrund. Die Stellenzahl war mit 311.000 besser als erwartet. Eigentlich negativ für die Märkte. Wir haben auch erstmal so reagiert, weil die Erwartung war 225.000. Aber dann kam eben vor allem auch die Arbeitslosenquote deutlich gestiegen von 3,4 auf 3,6%. Aber dann kamen die Stundenlöhne mit 0,2% weniger gestiegen als erwartet, nämlich 0,3 und zum Vorjahresmonat 4,6 nur gestiegen statt 4,7. Dadurch zunächst mal wieder ein bisschen Auftrieb. By the way, ich hatte ja gestern das Markenflüster gemacht mit diesen Seasonal Adjustments Burst-Death-Model. Jetzt haben wir hier heute erfahren dürfen, dass das Burst-Death-Model durch Adjustierungen 176.000 Stellen hier hinzugefügt habe, während im Januar dieses Burst-Death-Model praktisch für einen Abzug von hier 144.000 Stellen geführt hat. Das erinnert schon an Kafkas Schloss in etwa in der Logik. Das ist eigentlich nicht mehr zu begründen. Jedenfalls hat sich heute Joe Biden erfreut gezeigt. Ja, siehst du, wir haben wieder über 300.000 Stellen geschaffen. Das bedeutet, dass viele wieder in den Jobmarkt kommen können. Und er hat gesagt, die Inflation geht den richtigen Weg. Wir sind jetzt schon 30% tiefer bei der Inflation, als wir es auf dem Hochpunkt gewesen sind. Also natürlich wunderbare Kommentare von Joe Biden, der die Headline-Zahl feiert. Banken und das Risiko mit den Zinsen. Hier wird diese ganze Logik nochmal erklärt, was da eigentlich passiert. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, das ist hier ein Artikel Wall Street, in den nächsten 60 Tagen kommt der Crash. Das hat vorgestern ein Analyst prognostiziert, der sagte, die regionalen Banken, das sind die Kanarienvögel in der Kohlemine. Und die haben jetzt aufgehört zu singen. Er hat also vor zwei Tagen, bevor der Stress richtig losgegangen ist, gestern, all das schon prognostiziert. Zweite Empfehlung plus eben von Alf diese Tweets, die ich Ihnen unter das Video verlinke. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Es wird spannend. Ich freue mich auf Sie am Montag. Bis dann. Servus. Ciao.